Das erste Viertel des neuen Jahres ist rum, mittlerweile sogar schon das erste Drittel und das bedeutet, es gibt einige interessante Zahlen. Zu den Flughäfen hier in Deutschland, da haben wir schon drüber gesprochen, aber natürlich auch von den deutschen Fluggesellschaften. Und da war jetzt die Lufthansa Group natürlich besonders interessant, die hat ihre Zahlen vor wenigen Tagen vorgestellt und das sorgte tatsächlich für eine ganze Menge Ernüchterung und hat zur Folge, dass nach einem spannenden Wachstumsjahr bei Eurowings die ganze Geschichte jetzt dort auf 0% runtergefahren wird. Ja, was das jetzt alles so bedeutet und was es da sonst noch an interessanten Infos gab und warum das alles nicht mal halb so wild ist, wie es sich gerade anhört, das klären wir jetzt. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Die gesamte Lufthansa Group hat jetzt also ihre finanziellen Zahlen für das erste Quartal des Jahres 2019 vorgestellt. Und ein kleiner Blick auf die Aktie verrät, die Anleger scheinen da nicht so wahnsinnig zufrieden mit zu sein. Aber um das Ganze auch direkt mal wieder ein bisschen zu relativieren, das sind sie quasi nie. Das gehört allerdings zu unserer sozialen Marktwirtschaft mit einem kleinen, aber feinen Spritzer-Tobo-Kapitalismus einfach mit dazu. Es muss immer Wachstum sein und damit zusammenhängt natürlich auch ein steigender Wert der Aktie bzw. ein steigender Wert des Unternehmens. Ist das mal nicht so, dann gibt es dafür direkt die Quittung. Aber das ist vollkommen normal. Das passiert immer und immer wieder. Und ganz genauso normal ist es, dass das erste Quartal, also die Monate Januar, Februar und März, bei einer Fluggesellschaft hierzulande eigentlich immer die schlechtesten sind. Da gibt es dann natürlich nochmal Unterschiede zwischen Linien- und Charterfluggesellschaften. Aber prinzipiell kann man schon sagen, dass die ersten drei Monate des neuen Jahres ist das nie die glanzvollsten sind, was die Finanzen angeht. Und somit war es also auch auf jeden Fall zu erwarten, dass auch die Lufthansa Group jetzt mit ihren neu vorgestellten Zahlen kein Rekordgewinn vorstellen wird. Allerdings waren die Zahlen dann doch noch etwas schlechter als erhofft, was etwas Erklärungsbedarf mit sich brachte. Unterm Strich stehen dort jetzt knapp 340 Millionen Euro minus. Und das ist ein großer Unterschied zum letzten Jahr, denn im Vorjahreszeitraum, also im ersten Quartal 2018, konnte man knapp 50 Millionen Euro plus machen. Und diese Zahl setzt sich natürlich durch die Ergebnisse der einzelnen Lufthansa Group-Mitglieder zusammen. Das ist so ein bisschen wie der Länderfinanzausgleich. Und da können wir direkt mal mit der positiven Nachricht anfangen. Und zwar am besten steht die Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss da. Und trotzdem hat man dort eine deutlich schwächere Leistung abgeliefert als noch das Jahr zuvor. 48,3 Millionen Schweizer Franken konnte die Swiss in den ersten drei Monaten des Jahres 2019 erwirtschaften. Das ist etwas weniger als die Hälfte von dem, was man 2018 in den ersten drei Monaten erwirtschaften konnte. Und trotzdem liegt man mit diesem Gewinn über dem eigenen Durchschnitt der letzten Jahre. Im Jahr 2017 konnte die Schweizer Fluggesellschaft im ersten Quartal nur etwas mehr als 30 Millionen Schweizer Franken Gewinn machen. Gut, und im letzten Jahr machten sich dann die Vorteile der Flottenerneuerung bzw. Flottenmodernisierung bemerkbar. Davon profitiert man selbstverständlich auch heute noch. Und da wird ja auch noch ein bisschen was kommen. Ihr erinnert euch bestimmt noch an die A350 bzw. 787 Bestellung der Lufthansa Group. Davon wird auch die Schweizer Fluggesellschaft etwas abhaben. Also die Vorteile, die mit der Flottenmodernisierung zusammenhängen, die wird man auch in den nächsten Jahren noch haben. Und trotzdem sorgen die Gründe, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, jetzt für diesen Gewinnrückgang. Was wiederum dafür sorgen wird, dass die Swiss wahrscheinlich nicht in diesem Jahr ihren Rekordgewinn von 636 Millionen Schweizer Franken, etwa 550 Millionen Euro plus aus dem letzten Jahr, da werden die höchstwahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr rankommen. Und trotzdem ist das höchst beeindruckend, was diese vergleichsweise kleine Fluggesellschaft hier abliefern kann. Ein kleiner Negativpunkt ist eventuell noch, dass Swiss im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ihren Umsatz nicht steigern konnte. Man ging da um 2% zurück und das obwohl man 2% mehr Passagiere befördern konnte und 4% mehr Flüge angeboten hat. Das ist nicht zuletzt sicherlich auch eine Folge von steigender Konkurrenz. Aber gut, jetzt befinden wir uns also schon mal im Gewinnbereich, ist ja aber eigentlich gar nicht das, was wir jetzt erwartet haben. Also gehen wir mal schleunigst in die andere Richtung und dazu müssen wir einfach ins Nachbarland gehen und zwar nach Österreich. Dort finden wir Austrian Airlines. Dort ist das Ergebnis ganze 36% schlechter als noch im Vorjahreszeitraum und unterm Strich steht jetzt ein Verlust vor Steuern und Zinsen. Das ist übrigens bei allen Ergebnissen so, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Dort steht jetzt ein Verlust von 99 Millionen Euro. Das sind nochmal knapp 25 Millionen Euro mehr Verlust als im letzten Jahr. Auch der Umsatz sank hier um 4% und das obwohl man bei Austrian Airlines ganze 7% mehr Passagiere befördern konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und auch die Auslastung konnte minimal verbessert werden, auf jetzt 73%. Ein Wert, der für eine Fluggesellschaft wie Ryanair wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit das Aus bedeuten würde. Austrian Airlines muss sich derweil zufrieden geben mit einem unschönen Verlust und immer weiter steigenden Wartungskosten. Denn die mittlerweile knapp 16 Jahre alte Flotte der Fluggesellschaft bräuchte bei den Modellen A321, Boeing 767 und auf kurz oder lang auch Boeing 777 etwas Neues. Die 767 hat mittlerweile ein Durchschnittsalter von über 23 Jahren erreicht. Bei der 777 geht man auf die 20 Jahre zu und auch der Airbus ist bei den Österreichern im Schnitt mittlerweile schon fast 22 Jahre alt. Aber auch hier wird man in naher Zukunft höchstwahrscheinlich, genauso wie es auch bei der Schweizer Schwester ist, von der A350 bzw. 787 Bestellung profitieren. Und dort wird es dann eine flotten Erneuerung bzw. Flottenmodernisierung bei Austrian Airlines geben. Trotzdem erwartet man bei der österreichischen Fluggesellschaft für das Jahr 2019 auf jeden Fall einen Gewinn. Der wird nicht ganz so hoch ausfallen wie im Jahr 2018. Da konnte man knapp 90 Millionen Euro erwirtschaften. Aber dennoch möchte man auf jeden Fall auf der positiven Seite bleiben und das ist für diese Fluggesellschaft, die oft zu Unrecht auch als schwächster Teil der Lufthansa Group oder so ein bisschen als Geldfresser der Lufthansa Group gesehen wird, das ist für diese Airline auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, dass da noch ein Plus vor der Zahl steht. Und gut, jetzt sind wir also nur durch die Betrachtung dieser beiden Fluggesellschaften mit einem zweistelligen Millionenbetrag im Minus für das erste Quartal der Lufthansa Group. Jetzt kommt dann noch als dritte große Netzwerk-Airline die eigentliche Lufthansa-Passage obendrauf. Die legen nochmal knapp etwas mehr als 100 Millionen Euro Verlust mit obendrauf und dann sind wir bei knapp 160 Millionen Euro im Minus für diese drei Fluggesellschaften. Im Vergleich zum Vorjahr ein nicht zu unterschätzender Unterschied. Da machte man nur mit diesen drei Fluggesellschaften, Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines, den großen drei Netzwerk-Airlines der Lufthansa Group, damit machte man dort noch etwas mehr als 130 Millionen Euro Gewinn. Der wirklich große Punkt, der kommt jetzt allerdings erst noch und das ist die Billigfluggesellschaft der Lufthansa, Eurowings. Die hat in den ersten drei Monaten des neuen Jahres entspannte 257 Millionen Euro Verlust gemacht. Und das ist verdammt viel Geld. Die Eurowings war im letzten Jahr für knapp ein Fünftel des Umsatzes der Airline-Gruppe verantwortlich, ist aber jetzt für drei Viertel des Verlustes verantwortlich. Und ist das jetzt eine große Überraschung oder konnte man das eventuell sogar erwarten? Zu einem Großteil konnte man das auf jeden Fall erwarten, denn Eurowings ist mit Abstand die Fluggesellschaft in der Lufthansa-Gruppe, die am meisten Probleme in den letzten zwölf Monaten wegstecken musste und auch die Fluggesellschaft, die am meisten Veränderungen durchleben musste. 2018 war Eurowings teilweise die am stärksten wachsende Fluggesellschaft in ganz Europa. Bis zum dritten Quartal des letzten Jahres flottete man ganze 77 Flugzeuge der ehemaligen Air Berlin ein und das sorgte dann für einmal Kosten in Höhe von knapp 170 Millionen Euro, was eine nicht zu unterschätzende Belastung für eine Fluggesellschaft darstellen dürfte. Und zusammen mit dieser logistischen Herausforderung, mit dieser organisatorischen Herausforderung und dem Chaos, das damit einherging, weil eben alles nicht so funktioniert hat, wie man das vorher geplant hatte und schön durchdacht hatte, vor allem gab es massive Verzögerungen bei der Übernahme verschiedenster Flugzeuge, das nahm man dann als Erklärung für einen Verlust am Ende des Jahres von knapp 230 Millionen Euro bei Eurowings und das bei einem Gewinn im Vorjahr von knapp 60 Millionen Euro. Und diesen massiven Verlust des letzten Jahres, den hat man also jetzt schon mit dem ersten Quartal des Jahres 2019 direkt mal mit einem noch größeren Verlust getoppt. Ist aber wie gesagt für das erste Quartal auch erst einmal nichts wirklich Ungewöhnliches. Jetzt muss man aber Geld verdienen, um dagegen arbeiten zu können und ganz aus dem Minus rauskommen wird man bei Eurowings in diesem Jahr höchstwahrscheinlich nicht mehr. Und das kann man dann aber eventuell noch als Nachwirkung des Jahres 2018 entschuldigen. Nichtsdestotrotz bringt das jetzt doch durchaus schlechte Ergebnis der Eurowings einige sofortige Veränderungen mit sich. Und zwar wird man das sowieso schon stark zurückgefahrene Wachstum dieser Fluggesellschaft, für das Jahr 2019 war das angesetzt mit etwa 2%, das wird man jetzt runterfahren auf 0%. Man möchte, dass die Eurowings so oder so ähnlich bleibt, wie sie jetzt gerade ist. Und das wird jetzt hoffentlich einen entscheidenden Vorteil mit sich bringen. Das ausbleibende Wachstum bei der Billigfluggesellschaft Eurowings soll jetzt eine stabile, zuverlässige und qualitativ hochwertige tägliche Operation garantieren. Und das kann für jeden einzelnen Passagier nur gut sein. Aber am Anfang war doch die Rede davon, dass ein ausbleibendes Wachstum hier nie etwas Gutes sein kann. Das mag für einen Aktionär der Lufthansa Group vielleicht erst einmal so klingen. Aber man muss auch betrachten, dass die Eurowings als Billigfluggesellschaft der Lufthansa im letzten Jahr, also im Jahr 2018, so sprunghaft, so extrem gewachsen ist, dass man das, was jetzt passiert, diese 0% Wachstum, dieses ausbleibende Wachstum, das kann man wohl eher als Vollendung des Wachstums des Jahres 2018 betrachten. Aus einem teilweise wirklich krankhaft schnellen und extrem chaotischen Wachstum, was teilweise auch gar nicht anders ging, weil eben große Fluggesellschaften in Europa weggefallen sind, weil der ganze Markt durcheinandergewürfelt war. Um davon überhaupt zu profitieren, musste die Eurowings jetzt so krankhaft, schnell und chaotisch wachsen, wie eben gesagt. Und daraus formt man eben jetzt ein gesundes und hoffentlich auch nachhaltiges Wachstum. Und trotz der eventuell plausibel klingenden Erklärung, die Lufthansa Gruppe steht nach dem ersten Quartal des Jahres 2019 finanziell nicht so gut da, wie man sich das erhofft hatte. Ist aber auch gar nicht schlimm, denn jetzt wird dort eine ganze Menge Geld verdient. Verantwortlich für die vergleichsweise schlechten Zahlen der Lufthansa Gruppe macht man jetzt unter anderem auch die gestiegenen Treibstoffkosten der letzten Monate. Lufthansa veranschlagt für das gesamte Jahr zusätzliche Treibstoffkosten in Höhe von 700 Millionen Euro. Also 700 Millionen Euro mehr als im letzten Jahr. Damit kommt man dann auf Treibstoffkosten in Höhe von 6,8 Milliarden Euro. Laut aktueller Planung. Nur Flugzeugtreibstoff für ein einzelnes Jahr. Dazu kommen weitere Kosten für Flugausfälle und Verspätungen innerhalb der Lufthansa Gruppe. Diese Kosten hatten sich im letzten Jahr, im Jahr 2018, schon mal direkt um knapp 70 Prozent erhöht. Ganz entspannt, auf über 500 Millionen Euro in einem Jahr für Flugausfälle und Verspätungen. Und weil Fluggesellschaften eben für genau solche Dinge schon Geld zurücklegen müssen, spürt man auch in diesem Jahr davon noch die Nachwirkung. Und der Sommer 2019 soll ja nicht so wahnsinnig viel besser werden als der des Jahres 2018. Also da kommt auch noch mal ein bisschen was an Kosten auf die Lufthansa Gruppe zu. Außerdem war noch von einem Phänomen die Rede, was in der Luftfahrt immer mal wieder auftaucht, nachdem es eine ganze Menge Wachstum gab an verschiedensten Stellen. Und das gab es im Jahr 2018, wenn auch sehr chaotisch. Und wie gesagt, man ist im Jahr 2019 schon sehr gut damit beschäftigt, das alles jetzt wieder zu ordnen und daraus ein gesundes Wachstum zu machen. Aber nichtsdestotrotz kommt man um Überkapazitäten nicht drum herum. Es gibt sogenannte Überkapazitäten am europäischen Markt auf verschiedensten Strecken. Das macht eine Austrian Airlines zu schaffen am Flughafen Wien, macht aber auch eine Lufthansa auf dem deutschen Markt zu schaffen. Also als ganz knallhartes Beispiel, es gibt für 100 Passagiere, die von A nach B fliegen wollen, 150 Sitzplätze. Das heißt, diese kann man nicht füllen. Und das kostet einfach Geld. Man kann davon ausgehen, dass ein Airline-Chef am liebsten alles ganz genau auf Kante nähen würde, um eben nur genau so viel Geld für seine Crews und Flugzeuge auszugeben, wie er es eben gerade machen muss. Geht aber nicht, es passiert halt immer irgendwas. Das heißt, man braucht Reserveflugzeuge und Reservecrews. Bei einzelnen Flugausfällen würde er aber viel lieber diesen Flug einfach ausfallen lassen und dann die Passagiere entschädigen oder anderweitig auf andere Airlines umbuchen, sich vielleicht einen Subcharter dazu holen oder wie auch immer, anstatt dauerhaft Flugzeuge und entsprechende Crews auf Halde zu halten. Ganz ohne geht es wie gesagt nicht, aber man versucht das dann selbstverständlich auf ein Minimum zu reduzieren, denn Kapazitäten, die man am Ende des Tages gar nicht gebraucht hat, die kosten einfach viel mehr als hier und da vielleicht mal eine massive Verspätung oder sogar ein Flugausfall. Aber gut, das nur mal so am Rande. Belassen wir das mal an der Stelle. Ich finde es einfach sehr interessant, das jetzt zu beobachten, so einen Blick auf diese Zahlen zu haben. Lufthansa wird am Ende des Jahres selbstverständlich mit ihrer gesamten Gruppe ein sehr stabiles Ergebnis abliefern können. Genauso wie auch schon die letzten 24 Monate. Dennoch wird hier und da aufgrund solcher Zahlen immer mal wieder, ist natürlich ein laufender Prozess, wird dauerhaft analysiert, es wird dauerhaft irgendetwas optimiert und korrigiert, wie zum Beispiel das Wachstum bei Eurowings, was hier jetzt mal ganz schnell von gigantisch auf null korrigiert wurde. Innerhalb der Lufthansa-Gruppe wird in naher Zukunft noch so viel an spannenden Dingen passieren. Da kommen neue Flugzeuge, es gibt eventuelle Übernahmen oder was auch immer. Alles Dinge, die diese mehr oder weniger schön zahlen, über die sich jetzt Leute freuen oder auch eben nicht. Das könnte das alles nochmal über den Haufen werfen. Also wir dürfen da sehr gespannt sein, wir beobachten das einfach weiter. Und in diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Waren sehr, sehr viele Zahlen heute, ich weiß, tut mir leid. Aber irgendwie finde ich das immer ganz interessant, das zu beobachten. Ich freue mich wie immer über eure Meinung zum Video und zu dem Thema selbstverständlich. Und dann gibt es noch zu sagen, Pullover wie diesen hier gibt es unter den Videos. Schaut da auch gerne mal vorbei und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.